Meine Entscheidung, die Bachschen Cello-Suiten auf dem Barock-Cello aufzunehmen, ist einfach für mich das schönere Instrument, der schönere Klang, die Rauheit, aber auch die Weichheit der Darmseiten oder auch der Darmseite im Einzelnen. Und das kommt für meinen Musikgeschmack, komme ich dieser Musik einfach näher, als wenn ich das auf modernen Stahlseiten spiele. Es ist natürlich eine besondere Situation, wenn man im Studio bzw. in einem Aufnahmeraum sitzt und die Suiten dann tatsächlich ins Mikrofon einspielt. Man weiß, da sitzen zwei Herren und hören einem intensiv zu und man sitzt vor dem Mikrofon. Und es sind wieder Dinge anders geworden, wie ich sie auch vor ein paar Jahren gespielt habe. Das heißt, die Beschäftigung und das Arbeiten und das Fühlen dieser einzelnen Sätze ist im ständigen Wandel. Die Cello-Suiten sind ja in Bachs Köthener Zeit in den 17-20er Jahren entstanden. Die Köthener Hofkapelle war mit der Berliner Hofkapelle in engen Austausch bzw. die Berliner waren wiederum mit der Pariser Hofkapelle im engen Austausch. Und da in Paris der Stimmton 400 Hertz war, das kann man aufgrund von Oboen und Flöten belegen, vermutet man, dass auch in Berlin und in Köthen der Stimmton 400 Hertz war. Deshalb habe ich mich entschieden, die Cello-Suiten in 400 Hertz, also A gleich 400 Hertz aufzunehmen. Wenn man weiß, es gibt gefühlt schon 10.000 andere Aufnahmen, dann muss man sich auch einer Kritik stellen. Und ich habe natürlich viele Aufnahmen auch angehört im Vorfeld und ich habe natürlich auch meine Favoriten lange Zeit gehabt. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt höre ich auf, das mir anzuhören, um sozusagen meinen eigenen Stil da zu finden. Und ich hoffe, das ist mir geglückt. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Tempi jetzt, wo ich ein bisschen reifer bin mit diesen Stücken, deutlich langsamer sind, als ich sie noch vor 30 Jahren gespielt habe. Da ist man sozusagen noch im jugendlichen Elan. Und vielleicht bin ich mit dieser Aufnahme einer der Cellisten, die für manche Sätze, vermutlich namentlich für die Sarah Bonden, doch länger braucht als mancher Kollege. Nach der Aufnahme ist vor dem Konzert, das heißt, die Beschäftigung mit diesen Stücken geht jetzt weiter, auch in Konzerten. Und man entdeckt immer wieder neue Sachen, die einen herausfordern. Und wahrscheinlich wird die Arbeit an diesen Werken für mich nie zu Ende gehen.